Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Naja, von gewissen Leuten höre ich andauernd, ich bin scheiße, so circa zweimal am Tag. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir das schon drin bekommen. Also täglich ab 15 Uhr, Après-Ski in Hohenhaus-Tenne, Europas grüße, Après-Ski-Hüter. Jeden Mittwoch ist Partytag in der Tenne Schlagling. Live on Stage. Künstler wie Olaf Henning, Gildo Horn, Jazz Gitti, Marc Bircher, Helmut aus Mallorca, Rabaue und viele mehr. Alle Infos auf www.tenne.com Dort ist ein DJ. www.tenne.com Dreimal in Österreich Schlagling, Tuxlanersbach und Hintertux www.tenne.com Genieße das Leben Snowboom Österreichs neuer Après-Ski-Sambler Die verrücktesten Hüttenkracher Und coolsten Dance-Hits Aus Europas größter Après-Ski-Location Snowboom Bist du nahe, steh fort Juhu!